So, wir, unsere neuen Würdenträger, ein Dreifachkaffee ist gut, Schuss, Jut, Schuss, Jut, Schuss. So, dann darf ich den Namen des Königsmaßes, alle Majestäten, in unserer Schützelein zu Kaffee und Kuchen bitten. Nationalröme, kannst du die noch spielen? Wo ist die Blauskapelle? Sie sind ja gestern so schön gespielt, hätte Steinröte gesagt. Das sind ja die besten Bläser aus Deutschland. 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 ES sind ja die besten Bläser aus Deutschland. Das sind ja die ersten Bläser aus Deutschland. Herr Kommandant, also das sind so jetzt Sachen, dass ihr mir abwurscht und sagt, vergisst du immer.